Morgen das erste Nations-League-Spiel der DFB-Auswahl in Bologna gegen Europameister Italien. Bis auf BVB-Stürmer Marco Reus reißt der komplette 25-köpfige Kader an. Vier Tage lang haben sie trainiert und Automatismen einstudiert. Das Italien-Spiel eine Standortbestimmung, die Hansi Flick herbeigesehnt hat. Grundsätzlich glaube ich, dass jeder sehr motiviert ist, im ersten Spiel in der Nations-League das bestmögliche Ergebnis zu holen. Und von daher glaube ich einfach, dass es für uns auch ein gutes Spiel wird. Überraschungen in der Startelf sind eher nicht zu erwarten. Mit welchem Personal er plant, liest Flick allerdings offen.